So und damit wieder herzlichen Willkommen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder aus dem blöden Grab fliehen. Ach, okay, wir müssen fliehen. Geschafft. Ups. Ja? Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaskar eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, dass sie sie fertigstellen. Wenn ihr sie nicht zerstört, wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Geh zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Ja. Jetzt, wo du es sagst, neulich fiel mir eine Art militärische Anlage auf. Kunststark. Die war ja nicht zu übersehen. Muss es gleich eine ganze verdammte Basis sein? Schaffen wir das denn? Wir müssen nur gut vorbereitet sein. So, um mal ein bisschen Zeit zu sparen. Lasst uns erstmal informieren. So, da sind wir ja schon. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Aber meine Freundin, der Malle... Aber, Moment. Ausrüstung, Notis... Die kapier ich eh nicht. Ach, das wollte ich doch nicht. Ach, R3. Na, Moment. Ja, aber das klappt doch bei mir nicht. Egal, die lasse ich auf jeden Fall mal drinne. Ähm. Hier. Klinge des Erobers. Die helle Wade eines Königs. Der die Grenzen seines Reiches ausweitete. Und seinem Volk zu Wohlstand verhalf. Sie ermöglicht langsame, doch vernichtende Angriffe. Hm. 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 Hey, die sieht schon stark aus. Aber, nee. Ist nicht so ganz meins. Oh, hier gibt's noch was. Einige Nebenaufgaben erfordern, dass du ein bestimmtes Areal absuchst. Orientiere dich am eingeblendeten Suchradius auf der Navi-Karte, um dein Ziel zu finden. Ist das eine Schatzkarte? Oh, das wär' ja mal was. Sollen wir suchen? Na klar. Was für ne Frage. Tut mir leid, aber... Die wollen... Die wollen. Na dann mal wa... Wo ist denn das? Ach, da ist schon wieder da oben. Nee, tut mir echt leid. Ignis, wa... Dann, dann... Ich mach lieber erstmal hier. Da geht's. Einen Moment. Wir können eigentlich schön in der nächsten Folge, können wir eigentlich mal die ganzen Nebenmissionen abarbeiten. Wer ist diese Monika überhaupt? Ein Mitglied der Königsgarde. Wie Gladio und ich. Mein Vater vertraute ihr. Wir... Dustin. Dem Gardisten, der ihres begleitet. Irgendwie tut es gut, dein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. Erzfund, Leute! Oh. Da wären wir. Ich würd gern mal mit der Waffe trainieren, schnell. Vorwärts! Die rockt. Find ich gut. Ich bin total verschwitzt. Ich bin auch völlig fertig. Hm... Brauchen wir was zu mampfen? Eigentlich schon, ne? Ach, das ist das... 80 und 200... Ich glaube, das ist nimmer. Das sieht eigentlich super lecker aus. Auch wenn das ein bisschen aussieht, als ob da ein Frosch drin wär. Naja. Na ja. Machen wir mal einiges an Punkten. Nett. Ich sag... Zwei Stufen. Hehehe. Zehn. Und... Zwei Stufen. Hehe. Was gibt's denn hier... Gibt's hier vielleicht irgendwie... Foto mit dem Grab? Chor. Gutes Timing Prompto. Hehehe. Nö. Dann mal weiter. So. Ich bin bereit zum Aufbruch. Und ihr? Ich bin noch müde. Keine Müdigkeit vorschützen. Obacht. Die Jagd-Saison ist eröffnet. Das könnte heikel werden. Achimami. Hm. Glario! Los! Danke. War unvorsichtig. Kein Thema. Passiert doch jedemal. Das geht so weit... Sorry. Ich habe mir das noch. Ich habe es schon wieder. Ach, krank. Oh, ich brauche echt teiltrank. Ich bin wieder kritisch. Nee, ich hab echt... Wer hat das Vieh denn noch? Oh, der 62... Ach du Scheiße, das ist ja... Äh, äh... Mies. Moment. Wir müssen mal ganz schnell... Töne... Ich hab dich auf. Das ist ja eine Intelligenzbeutel. Komm, Prompto, wo bist du? Bereits für mich. Wenn das hier in die Winsen geht, verschwinde! Und lass euch zurück! Hör auf, mir! Ein weißer Rad! Derartige Probleme hat sich nicht rausgesehen. Sieht nicht gut aus! Kann man die nicht irgendwie alle wegschaffen? Achtung! Passt auf! Hm. Mist! Ah, das tropft mich an mit dem Kappel, ne? Ja, passt auf, dass die nicht da reinlassen! Ja, was ist das? Geht ja nicht an, ne? Kaltung in letzter Sekunde! Ja, vielen Dank! Ja, da sind sie jetzt selber schuld, Mensch! Ja, das ist ja auch schon. Ja, der ist ja zufrieden! Oh, das ist ja zufrieden! Ach, meiner Lust! Ich bin nicht... Ich muss erstmal die Perks in der nächsten Pause die Perks machen. Ups. Einschuhl und Kaunschuhl. Kannst du mehr? Ich bin Uge. Ich weiß. Hinten an. Beobachte die Bewegungen deines Gegens genug. Und sei vor allem. Nogged, ich brauche Hilfe. Okay. Noch ist nicht alles verloren. Und wir euch erwischt's. Ich bin jetzt wirklich. Ich bin echt neuer Kämpfe hier. Ich bin echt neuer Kämpfiger. Wir fangen zuerst. Wir fangen zuerst. Wir oder der Funt. Ich gebe jedenfalls nicht auf. Wir fangen zuerst. Vielen Dank. Es gibt nur noch zwei Optionen. Töten oder getötet werden. Ja. Na, hier. Ich komme jetzt übertreibbar noch mit deinem Kanon ein bisschen. Ich war noch weg. Hm. Ich bin gleich bei dir. Ja. 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 Wir fehlt zuerst. Wir oder der Feind. Wir haben es echt geschafft. Und wir euch erwischt's. Ja. 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 Wo. Ja. Tut mir leid. Aber wir müssen echt nochmal zurück. So. Ich habe es jetzt einfach über einen Schnitt gemacht. Das kann ich euch nicht antun. Das hin und her laufen und dann wieder. Weil ich so blöd so ein riesen Vieh angreife. Komm. Hebe auf. Ich habe Sand im Schuh. Schütt ihn halt aus. Ja. Ja. Das will ich verarschen. So. Moment mal. War hier nicht auch irgendwo die. Die. Die Erkennungsmarke ist ja auch Dreck. Komm. Die können wir uns noch schnell holen. Ach die Kacken. Nein. Wollt schon gar nicht. Ja. Wieso denn da hin. Wieso denn da hin. Ja. Ja. Nicht. Ok. Ja. ein wollte noch gar nicht töten mensch sollen wir die auch erledigen in einem rollenspiel wäre das der perfekte hat die wie die mich alle töten nicht zu blöd ja 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 aufgetaus das ich sehe doch ja 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 ausrüstung noktis das und ja 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 Was ist das? Ja, ja, wir sollten. Nein, wir machen das. Noct, da oben! Feinde! Danke! Leute, bleibt wachsam! Ich denke, aus denen sollte sich was kochen lassen. So, ich will eigentlich kein... Kommt, hier lang, Freunde. Kommt! Öh? Jetzt geht der Wartemodus mir echt auf die Senkel. Kommt ihr jetzt mal? Komplett. Wie! Ja! 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 Ich steck dir den Rücken. Ich verlass mich drauf. Erwicht! Nimm das! Fort mit dir! Gladio! Lass dich von nichts aufhalten. Gehst du mir den Rücken? Natürlich! Noch mal platt. Sechst mit dir. Vorsicht! Mit Verlangen! Raptor! Ich brauche Hilfe! Zum Befehl! Ich habe mich nicht mal. Weniger herausfordernd als erwartet. Ja, ich denke auch. Hm. Das nenn ich kurzen Prozess. Das nennst du noch. Ich habe nur noch mal. Ich habe nur noch mal. Oh Mann, hab ich vielleicht nen Durst. Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Ja, alle zufrieden jetzt? Statt hier einfach mitlaufen. Neu. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Echt jetzt? Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurz nen Prozess. Okay. Nur womit verwirren? Achso, die anderen, ne? Ja. Ich will mal kurz die Ausrüstung mir von dem angucken. Löwenherz. Ich will mir die Waffe angucken. Bin ich hier jetzt beim Inventar? Ne. Ey, schade. Ein König kämpft mit Wirrung. Aber sicher doch. Wenn du hier bist, ist das alles ein Kinderspiel. Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Ich muss also selbst stärker werden. Da oben? Okay. Ja. Ja. Hm. Ja, ja, schon kapiert. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja, ja.